Am Strand von Schönhagen, 200 Meter von hier ist auch der Hundestrand. So, linksrum ist der Hundestrand. Hier gehen wir mal gucken. Das ist auch ein, zwei Hunde. Und rechts davon ist dann der FKK-Strand. Und da hinten dann der Hauptstadt von Schönhagen. Da hinten ist dann noch das Ende des kostempflichtigen Strandes. Und da ist der Strand dann frei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Ja. 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 Ja.